Was haben eine Wissenschaft mit dem Mikrofon? Hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video von Bartle Invest. Die Woche fängt schon wieder richtig geil an. Ich habe momentan drei offene Positionen. Bin mit diesen drei Positionen momentan 7% im Plus mit meinen Live-Konten. Also das ist der Hammer. Zudem momentan noch meine letzte immer noch offene Position. Seit zwei Wochen in dem Trade drin für mein Referenzkonto. Dann sind die 100 Trades fertig. Also der letzte, der hundherzte, läuft seit zwei Wochen und tümpelt da vor sich rum. Aber er ist endlich im Kurszielbereich jetzt drin. Das heißt, es wird sich jetzt, denke ich mal, entscheiden, was es dem Trade wird. Außer, ich wäre von der Fliege angegriffen. Außer, er läuft natürlich jetzt super in meine Richtung. Dann kann es durchaus sein, dass ich jetzt noch eine ganze Weile drin bin. Aber das sehe ich dann eher positiv an. Zudem will ich in dem Video nochmal kurz aufmerksam machen, mal auf meinen Instagram-Channel. Ich würde mich freuen, ob hier noch ein paar Follower zu kriegen. Ich mache da auch immer regelmäßige Storys. Also da kann auch mal was sehr Nützliches immer vorbeikommen. Deswegen am besten jetzt gleich mal unter dem Video unten mal schnell in der Videobeschreibung hinklicken. Das könnt ihr auch jetzt machen. Das Video läuft deswegen hier trotzdem weiter. Ihr hört weiterhin alles. Einfach mal unten auf das Instagram klicken. Öffnet sich ein eigener Tab in eurem Browser. Mal folgen klicken, auch gerne bei Facebook. Da würde ich mich freuen. Das Video heißt ja heute mal Radio aus. Warum Radio aus? Ich stelle bei mir immer wieder fest, ich bin enorm vom Musik hören, teilweise bei der Arbeit hier, beim Handeln, E-Mails schreiben, was auch immer ich hier gerade mache. Teilweise vom Radio Musik hören total abgelenkt. Ich habe ja auch so bei Spotify meine Playlisten, die ich mir so anlege, mit Musik, die ich gerne höre und habe dann gerade so auch viel deutschsprachige Musik, die ich mir einfach gerne anhöre. Ich habe da so meine Kanäle und ich merke das einfach, man arbeitet, man hört trotzdem so oft den Text, man kennt den Text irgendwann auswendig und Gedanken geht man da, mehr oder weniger singt man schon mit. Das Problem ist nur, das lenkt enorm ab. Ich merke das immer mehr, immer mehr und momentan ist wirklich so, dass ich komplett bei mir Ruhe habe hier drin. Ich höre wirklich nur noch meine drei Ohren hier oben tickern und das beruhigt mich sogar und Ruhe und ich schaffe erstaunlich mehr am Tag. Also je nachdem, was wie dein Job aussieht, ob du irgendwie auch handelst, tradest, was auch immer du tust, probiert es mal aus, wenn du nicht einer bist, also generell immer Ton aus, Ruhe hat. Aber wenn du immer so Musik hörst, dann wirklich probiert es mal aus, mal einen Tag Ruhe. Ihr werdet euch wundern, ihr schafft verdammt viel mehr. Was ich eigentlich vielleicht noch ab und zu mache, ist bei Spotify, da gibt es ja so verschiedene, also wo immer die Musik hört, bei mir Spotify, kann man ja angeben, so verschiedene Sachen, so Hintergrundmusik, Studi, was weiß ich, wo man da so ein bisschen im Hintergrund ruhiges Geklimper hört, das geht auch noch. Also das kann man schon machen, aber sobald es mit Texten ist oder es ist schnell oder irgendwie oder mal eben deutschsprachige Sachen, dann konzentriert man sich dann irgendwie manchmal auf den Text und man kann sich auf E-Mails nicht konzentrieren und das ist nicht so schön. Deswegen probiert es mal aus, hier mal der Trading-Tipp des Tages sozusagen, versucht mal einfach während der Arbeit Ruhe, Stille. Auch freut es mich zu sagen, wir haben jetzt unsere Strategie mit unserem halbautomatischen EA mal zusammengepackt. Das haben wir bisher noch nicht gehabt, wir hatten jetzt nur einzeln drin, die Strategie und den EA dann extra. Und für die, die das eben interessiert, zu sagen jetzt, die noch gar nichts davon haben, weder unsere Handelsstrategie und dann auch nicht den EA, weil der bringt nicht viel ohne der Strategie. Wir haben das jetzt beide zusammengepackt, das heißt man kann jetzt mit einem Klick, wenn man das möchte, beides erwerben, ist jetzt machbar. Haben wir heute auf der Seite fertig gemacht, das wird jetzt noch die Tage ein bisschen hübsch gemacht, damit das noch ein bisschen schöner aussieht, noch ein bisschen mehr Text und Informationen dahinter. Aber es ist definitiv schon da, wer mit dem Gedankenspiel zu sagen, hey das Ding interessiert mich, jetzt wie gesagt der letzte offene Trade und der wird ein Plus Trade. Ich sehe es ja schon und je nachdem, ich weiß noch nicht wie groß der jetzt wird, aber es wird ein Plus Trade. Und dann ist das Referenzkonto auch fertig, das heißt wir haben dann auch super tolle, zwei geile Beweise drin. Einmal unseren Manuell-Backtest mit unseren 300 Trades und jetzt eben noch dieses Referenzkonto. Und das ist natürlich mal richtig geil. In dem Sinne, das war mal so der Trading-Tipp am Dienstag. Dann wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund, ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin, euer André, macht's gut. Ciao, ciao. So, danke fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest, kannst du einfach direkt unter diesem Video auf Abonnieren klicken oder auch bei deinem Smartphone einfach auf Abonnieren klicken, danach auf Benachrichtigung aktivieren. Dann wirst du immer einer der ersten sein, der unsere neuen Videos sieht. Und in der Videobeschreibung findest du alle Informationen und Links zu der Handelsstrategie und zu der Komplett-Trading-Ausbildung, wo nochmal alle Informationen dazu sind. Wie wir eben auch beweisen, dass diese Strategie funktioniert, dass diese Ausbildung funktioniert. Und wenn du uns dann beweisen kannst, dass du mit meiner Handelsstrategie profitabel tradest, kriegst du die Möglichkeit, dir auch dein komplettes Kapital, dein Geld für die Ausbildung bezahlt, das auch wieder zurückzuholen. Wie genau funktioniert das? Um die Qualität meiner Produkte hochzuhalten, ist die Grundvoraussetzung, dass du auch mit meinen Produkten bzw. mit meiner Handelsstrategie profitabel tradest. Daran lege ich sehr hohen Wert. Und wenn du mir beweisen kannst, dass das funktioniert, kannst du, wenn du möchtest, über einen Affiliate-Link auch diese Strategie bzw. die Komplettausbildung weiter bewerben und bekommst bei Abschluss 50% Provision. Das heißt einfach ein Win-Win-Effekt für uns beide. Aber wie gesagt, ich möchte die Qualität meiner Produkte natürlich gewährleisten und hochhalten. Das bedeutet, du musst mir als beweisen, dass du profitabel bist, dass nicht jeder diese Strategie und diese Ausbildung vertreiben kann, sondern nur die, die auch damit profitabel fahren. Und wenn du mir das beweisen kannst, kriegst du die Möglichkeit, das Geld im Grunde, was du für die Ausbildung bezahlt hast, dir auch zurückzuholen bzw. noch mehr Geld dazu zu verdienen, um dein Trading-Konto einfach noch weiter auszubauen, damit sich das Trading für dich einfach noch mehr lohnt. Das heißt, ich habe einfach großes Interesse auch daran, dass du wirklich profitabel handelst. Deswegen nutze diese Möglichkeit. In der Videobeschreibung findest du alle Informationen dazu. Untertitelung des ZDF, 2020